Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Mönchengladbach, Bettrathofen. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nublierten Wohnung liegt bei ca. 55 m². Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 550 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen.